Kreuzhugsgebet 25 Gebet um Schutz für die Seher überall auf der Welt O Gott Allerhöchster, ich bitte dich innig, all deinen gottgeweihten Boten in der Welt Schutz zu gewähren. Ich bete, dass sie vor dem Hass anderer geschützt werden mögen. Ich bitte darum, dass dein höchstheiliges Wort überall auf der Welt schnell verbreitet wird. Schütze deine Boten vor Beschimpfungen und übler Nachrede, vor Misshandlungen, vor Lügen und vor jeder Art von Gefahr. Schütze ihre Familien und bedecke sie zu jeder Zeit mit dem Heiligen Geist, damit die Botschaften, die sie der Welt geben, mit treuevollen und demütigen Herzen beachtet werden. Amen